ich bin benedikter günther und mache heute mit euch eine karte sind lauter reste die habe ich gestern gemacht das sind lauter reste die ich gehabt habe von papier und farbe und ja da draus kann man noch tolle karten machen die eben total individuell sind und vor allem die richtig freude machen auch mich mir macht spaß die zu gestalten und ja jetzt fangen wir mal an ich habe da ein bisschen was vorbereitet das sind so karten die ich schon vor einer zeit mal aus resten gemacht habe und aus resten von farbe die finde ich ja toll die hat was also die ist richtig gut von den farben her also alles was mir so an farbe überbleibt und papier aus dem gestalte ich dann so karten dann so blaue habe ich gerade viel mit blau und türkis gemacht habe ich ein bild gemalt mit mehr bild und da sind mir eben die farben übrig geblieben also das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut ich glaube ich nehme das gleich mal her so sind noch ganz viele verschiedene da aber ja ich habe das meine schon gefunden für heute alles klar so auf geht's ich habe hier stempel zum beispiel vielen dank oder auch für weihnachten frühe weihnachten oder happy birthday oder für dich den stempel habe ich jetzt für das noch nicht und das machen wir jetzt so auf geht's mein stempelkissen in schwarz so und wieder mal gut drauf drücken jetzt überlege ich mir wohin ich denke ich mache das hier und da meist noch so viel farbe drauf ist sieht man auch so ich mir noch schneller andere karte und stempel dann nochmal drauf gut andrücken das ist wichtig so auch schön ne so stempel machen wir gleich wieder zu aufräumen und das gleich mal sauber machen da habe ich so ein stem cleaner kann man im internet kaufen ist gar nicht teuer und ist eine tolle sache da reiben wir ein bisschen drüber und dann löst sich das schön so mache ich wieder zu und wieder weg stellen gut das geht nicht mehr ganz weg aber es ist gebraucht das ist einfach so aber die meiste farbe ist weg und das ist das wichtige wenn man vielleicht mit einer anderen farbe arbeiten will sollte die so sauber wie möglich sein so ok aufräumen so das mache ich auf die seite jetzt habe ich verschiedene reste so restekiste da habe ich alles mögliche schon raus geschnitten raus gedrückt und ja an der weite ich verarbeitet aber auch das kann man noch gut gebrauchen schaut toll aus ne wie ein speizer käse oder so ist irgendwie toll auch zu der farbe mal schauen da ist so viel da das gefällt mir schon mal ganz gut das gefällt mir von den farben her sehr sammoliert da habe ich mal was ausprobiert ne das ist zu grell das ist ganz nett aber das müssen wir vielleicht eher so probiert es einfach rum schaut euch die sache an und das ergibt sich meistens von alleine ich mache mir das jetzt ein bisschen schneide mir das jetzt ein bisschen zurecht da habe ich anscheinend was runter gerissen das mache ich mir da auch noch so ein bisschen schöner machen wir da noch eine gerade kante weil das ist gebogen solche sachen hebe ich mir auch auf so reste da kann man auch noch was draus machen ich meine ich sammle nicht alles und ich hebe auch nicht alles auf weil da pfff wäre man nicht fertig aber so manche sachen sind sie einfach wert ich probiere noch ein bisschen rum wenn man noch nicht ganz schlüssig wie ich das mache ich hole mir noch ein bisschen was dazu das ist auch toll passt hier jetzt nicht unbedingt aber das ist auch eine ganz tolle Sache da habe ich einfach nur die Farbe die runter auf dem da habe ich so ein Plastik gehabt da ist die Farbe drauf gewesen und habe einfach nur drauf da und hoch gezogen und durch das gibt es dann hier so die ganzen Verzierungen letztendlich mal gucken ob ich noch was anderes habe das vielleicht noch besser passen könnte man muss nicht immer gleich das erstbeste nehmen probiert es ruhig rum und wenn ihr sagt irgendwie passt das doch noch nicht dann lasst es wenn ihr euch nicht ganz sicher seid sondern probiert es noch ein bisschen ruhig es noch ein bisschen und irgendwann fällt euch das richtige Teil in die Hand und ihr sagt es das ist es genau so will ich es haben ich habe jetzt zum Beispiel das Teig ist auch sehr schön auch nett so viele kleine Sachen das Teig ist auch schön ich liebe ja das Teig ist auch oder Orange seht ihr das Orange und dann das Gelb dann die Sprenkel dazu oh herrlich ich liebe sowas aha das hat sich jetzt also ergeben auch nett so schauen wir mal da noch ein bisschen ich hole in die Scheisse ihr seht ich habe da so einiges und wirklich tolle Sachen sind da dabei schauen wir mal was jetzt denn wirklich passt auf dem lässt sich jetzt schon eine ganze Menge machen das finde ich auch toll das sind praktisch die Unterlagen die ich habe und auf denen arbeite ich und ja mal dann auch natürlich drüber hinaus und stelle dann mitten drin fest tolle Farbkombination und hebe mir das auf also ich schmeiße das dann nicht weg sondern ich hebe mir das auf und schaue ob ich das nicht mal später noch gebrauchen kann meistens ergibt sich dann sowieso was so müsste eigentlich reichen gucken wir mal dann mache ich das auf der Seite und probiere nochmal so ein bisschen rum fast zu viel das blau dazu das blau fällt mir ganz gut das ist vielleicht besser als das grün das finde ich auch toll das finde ich auch toll so Ton in Ton gefällt mir schon ganz gut also da muss ich schauen hier und da und da und da und hier nehmen wir noch nicht so dass ich so das ist es das passt noch nicht hier 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 das ist und da Vielen Dank. Den Schmetter würde ich schon ganz gerne hernehmen, aber passt nicht. Auch schön, oder? Hat was? Nein, nein, nein. Es ist einfach ein Puzzlespiel, man probiert so lange aus, bis es passt. Also das Blau gefällt mir total gut, das ist richtig schön. Wenn ich das mal gerade schneide, schauen wir mal, ob das dann passt. Schauen wir mal, ob ich es einigermaßen gerade gemacht habe. Oh nein, gar nicht auch. Kompostchen. So, was vielleicht mal anders hinlegen. Jetzt schauen wir mal. Jupp, jetzt passt's. Okay, ich glaube, ich mache das so. Ich möchte einfach den Schmetterling da drauf haben, auf Biegen und Brechen. Schauen wir mal, ob das da oben besser ist. Ach, so glaube ich, komme ich lassen. Okay, so machen wir's. Das bedeutet jetzt, Kleber. So, so einen kleinen Burstenpinsel. Oh, den habe ich anscheinend gestern nicht richtig sauber gemacht. Das ist nicht gut, aber der gibt's schon auch. So. So. Okay, dann mal das mal einkräustern. Da könnt ihr wirklich alles nehmen an Reste. Manchmal schneide ich noch ein bisschen was zu. Manchmal lasse ich das einfach so, wie es sich ergeben hat. Je nachdem, wie es mir halt gefällt. Ganz oft lasse ich es so, wie es ist. Schneide mir nur die Kanten gerade, damit ich das sauber hinkleben kann. Aber so grundsätzlich lasse ich das auch ganz gern. Weil das zufällige oft am schönsten ist. Ich habe schon viele Sachen gemacht, aber ich habe mir gedacht, naja, wenn ich das jetzt so wollen hätte, ich hätte es nicht hinkriegt. Aber wenn man es fließen lässt, dann erzielt man die schönsten Ergebnisse. Nichts erzwingen, einfach machen. Ich habe so lange gebraucht, um das zu können. Ich habe immer gemeint, alles muss perfekt sein, hundert und tausendprozentig. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Oder das ist eher schwierig. Und vor allem, es ist anstrengend. Ich habe es als anstrengend empfunden. Und anstrengend soll das nicht sein. Das wäre genau das Verkehrte. Es muss Spaß machen. Es muss Freude machen. Und wisst ihr was? Was am schönsten dann ist, wenn ich eine Karte fertig habe und genau den Menschen vor mir sehe, der die Karte bekommt. So gestalte ich dann auch die Karte. Und ich habe den Geschmack dann getroffen von demjenigen. Und der freut sich narrisch. Das ist herrlich. Er sagt, hallo, die hast du selber gemacht? Gibt es ja gar nicht. Oh doch, gibt es alles. Und das könnt ihr genauso. Weiter geht's. So, ab jetzt. Fast. Ich weiß schon, irgendwann. Ich werde mal anfangen. Da noch ein bisschen was. Und dort noch ein bisschen was. Und da noch ein bisschen was. Und vielleicht hier noch. Ja. Aber das wird euch wahrscheinlich irgendwann genauso gehen. Dass man einfach immer noch was findet. Wo man vielleicht noch sagt, Mensch, ja, hm. Da noch ein Punkt. Oder dort noch was. Oder, hm. Es wird euch genauso gehen. So. Aber jetzt. Jetzt muss gut sein. Alles klar. Schaut her. So ist die Karte geworden. Und das Signieren nicht vergessen. Ich mache das gerne hinten. Das machen wir gleich. Okay. Und das ist die Karte. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude. Versucht's. Probiert's aus. Macht's. Es kann nichts schief gehen. Viel Spaß damit. Alles klar. Also dann. Tschüss. Tас Ceci. Tarte. 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 Bis zum nächsten Mal.